Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir zum Karlshof nach Rövershagen. Das ist ein kleiner Freizeitpark mit vielen tollen Attraktionen für die ganze Familie. Trotz der aktuellen Pandemie haben wir uns sicher gefühlt und hatten ganz viel Spaß. Der Karlshof war im Oktober wunderschön geschmückt. Der Eingren ist frei. Wenn ihr allerdings die Fahrgeschäfte nutzen möchtet, empfehlen wir euch ein Tagesticket zu kaufen. Ihr bekommt ein Wand- und Handgelenk und dieses wird an den jeweiligen Karussells gescannt. Wir hatten das Ticket vor der Anreise online gebucht. Hier seht ihr Kalossos, die Rutschturmen. Die Raten und Mäuse sind so süß! Vorsicht! Hier könnt ihr nass werden! Das ist der Melka-Turm. Von dort oben habt ihr eine tolle Aussicht! Dreht doch auch eine Runde mit dem Zug! Versuch doch auch mal auf das Riesenhüftparadies zu klettern! Versuch doch auch mal auf das Riesenhüftparadies zu klettern! Hier seht ihr den fliegenden Kuhstall. Das macht total Spaß! Seid ihr schon mal in einen Kuhstall geflogen? Ja! 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 Wenn die Riesenhüftparadies zu machen, muss die Luksse nach halbärben! tide dann wohlfühlen! Und die Eindr Mes emissionssam 난vait was für alle für alle für alle für alle gering injection! Brille, jetzt wird es kalt! Jetzt versuchen wir, wie wir Eiswein abgekackt haben. Zieht euch lieber einen Frontier rüber! So, wir sind bereit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie cool ist das denn? Hier drin gibt es sogar Eisrutschen. 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 Oha, so viele Kaffeekannen haben wir noch nie gesehen. Mh, lecker! Die Süßkartoffel-Pommel schmecken echt gut! Hier drin gibt es sogar eine Achterbahn! Hier oben sind die Toiletten! Jetzt fahren wir erstmal mit der Top-Tourbahn! Musik Das hier nennt man Drahteseln-Hopping! Das ist gar nicht so einfach! Das ist eine total wackelige Angelegenheit! Und hat viel Spaß gemacht! Nun gehen wir eine Runde klettern! Musik Hier seht ihr die Erdbeerraupenbahn! Die hat uns auch sehr viel Spaß gemacht! Musik 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 Jetzt geht's in die Schuppen-Schuppen! Hier kann man einen richtig schönen Tag verbringen! Es gibt viele Attraktionen! Eine Eiswelt, einen Spielplatz und alles rund um die Erdbeere! Diesen Ausflug werden wir jedenfalls nicht vergessen! Es war total toll hier! Musik 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 Musik